Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Finanzwegekanal. Ich bin Fynn und wir schauen uns heute mal zusammen die Aktien Vonovia und Paypal an. Wir reden über die aktuellsten News, was da so interessant passiert ist und wir schauen uns natürlich etwas genau die Charts an und gucken mal, was man da so rauslesen könnte. Wo beispielsweise bei Paypal jetzt hier die Korrektur vielleicht enden könnte und natürlich was Vonovia gegebenenfalls für ein Kurspotenzial hat. Aber ich würde sagen, dann lasst uns jetzt auch mal sofort das Video starten und ich würde sagen, wir fangen auch mit Paypal an. Ja, so, wir hatten ja glaube ich Paypal letzte Woche schon mit Liam bzw. ihr hattet bei Liam schon in den Aktienkäufen Paypal mit drin, denn man muss ganz ehrlich sagen, Paypal aktuell einfach ziemlich, ziemlich interessant. Wir haben von der Spitze runter jetzt inzwischen eine Korrektur von, ja, tagsaktuell knapp 36% schon erlebt. Ich glaube auch im US-Dollar-Chart sind es noch mal 1-2% mehr sogar. Aber man muss jetzt ganz ehrlich sagen, es ist jetzt natürlich inzwischen vielleicht mal für die einen oder anderen Anleger sehr interessant. Hört die Korrektur denn jetzt hier auch wirklich mal auf oder sehen wir vielleicht noch wirklich eine deutlich weitere Korrektur, eine deutlich größere Korrektur? Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel mal unsere unterste Trendlinie anpeilen, wären das immer noch vom aktuellen Zeitpunkt aus 24%. Aber das wäre dann wirklich schon ein ziemlich, ziemlich schlechtes Szenario in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall. Halte ich jetzt erstmal auch nicht für so realistisch, aber ich würde sagen, wir sprechen erstmal ganz zu Twin News. Erstmal habe ich hier einen kleinen Artikel raus mitgebracht und zwar von Handelsblatt. Da geht es einfach nochmal ganz kurz darum, um die Quartalszahlen von Paypal. Ich denke mal, die meisten haben es schon mitbekommen, ist das schon eine Woche her. Aber man muss ehrlich gesagt aktuell sagen, Paypal schwächelt einfach so ein bisschen. Die Quartalszahlen waren jetzt nicht so phänomenal, wie das zu erwarten war. Es wurde sogar, die Umsatzzahlen wurden sogar nicht ganz erreicht. Der Gewinn wurde leicht übertroffen. Da lag der realisierte Gewinn dann leicht über den Erwartungen der Analysten. Allerdings muss man ganz klar an der Stelle wirklich sagen, Paypal hat natürlich auch extrem starke vorhergehende Quartale durch Corona, durch die Lockdowns, durch viel Online-Traffic, durch viel Online-Bestellung. Deswegen ist es nicht so ungewöhnlich, dass Paypal jetzt hier vielleicht auch mal ein etwas schwächeres Quartal hat, wo gegebenenfalls vielleicht mal nicht die Erwartungen der Analysten übertroffen werden. Obwohl man ja sogar sagen muss, beim Gewinn konnten sie sogar übertroffen werden. Es ging jetzt hier wirklich nur um den Umsatz, wo die Erwartungen nicht ganz erreicht werden konnten. Und trotzdem muss man auch ganz ehrlich sagen, das Ergebnis, die Aktie betrug 1,11 Dollar, erwartet waren 1,07 Dollar. Also man sieht hier ganz klar, das war wirklich sehr knapp dran. Also es waren jetzt wirklich keine phänomenalen Quartalszahlen einfach von Paypal. Dementsprechend, wenn wir jetzt trotzdem mal darüber sprechen, was könnte man denn bei Paypal noch so erwarten, muss ich ganz ehrlich sagen, Paypal ist inzwischen nicht mehr so unfassbar hoch bewertet. Zumindest nicht für Paypals Niveau. Denn wenn wir uns beispielsweise mal von Paypal das PE-Ratio anschauen, also sozusagen wie viel die Aktie kostet im Verhältnis zu dem, was die Firma verdient, sehen wir ganz klar, das PE-Ratio war ganz klar, zwar natürlich im Juni 2020, als die Aktie dann auch hier fast auf Allzeit hoch war bei Paypal. Also ganz klar, sehr, sehr hoch bei 106. Ich meine auch aktuell mit 46 ist eine PE-Ratio natürlich noch relativ hoch. Allerdings, wenn wir uns jetzt natürlich hier mal den Chart etwas anschauen, sehen wir ganz genau, dass die PE-Ratio von Paypal eigentlich gar nicht so viel niedriger in der Regel war. Selbst beim Corona-Drop hatten wir zwischenzeitlich zwar eine leicht niedrigere PE-Ratio noch. Wir hatten 45, sogar noch ein bisschen niedriger. Je nachdem, auf welchen Chart man schaut, waren wir vielleicht auch kurz noch bei 41. Also grundlegend waren wir da bei 45 zum Corona-Drop. Also da, wo alle wirklich sehr starke Crasht-Sendale-Aktien. Und selbst vor dem Corona-Drop muss man sagen, wir haben uns hier teilweise wirklich auf PE-Ratios von 48, 46, teilweise auch aber 55 und noch höher befunden, bei 60 teilweise. Aktuell befinden wir uns bei 46. Das heißt, wir sehen hier schon wieder, von den Fundamentals, von der Firma im Endeffekt her, die dahinter steht, muss man aktuell einfach sagen, sieht Paypal nicht mehr so extrem überbewertet aus. Gerade wenn man sich die letzten Jahre anschaut, da war Paypal eigentlich immer bei einer 50er PE-Ratio. Und deswegen das letzte Mal, wo man Paypal eigentlich konstant so günstig kaufen konnte mit so einer PE-Ratio. Das war ganz klar hier Anfang 2017 oder noch früher. Also aktuell Paypal durchaus wirklich auch wieder interessant von den Fundamentals, von der PE-Ratio. Also sozusagen, wie lange im Endeffekt das Unternehmen braucht, um den eigenen Wert zu verdienen. Finde ich persönlich sehr interessant, denn wir hatten es auch schon bei 10 Cent, glaube ich, war das mal wieder gesehen. Da war auch die PE-Ratio auf ein 10-Jahres-Tief gefallen und da sind wir dann erstmal vom Kurs auch gebounced. Und dementsprechend finde ich das per Paypal aktuell auch ziemlich interessant. Und das würde auch zu unserem Kurs aktuell eigentlich passen, dass wir hier uns genau innerhalb unserer größeren Konsolidierungszone befinden. Und ihr wisst es auch immer, wenn wir hier viel Trading-Volumen an einer Stelle haben, ist das natürlich für uns hier immer eine hervorragende Support-Zone. Das heißt, vom PE-Ratio her und von den Fundamentals, von Chart-Fundamentals her, sehe ich aktuell große Chancen bei Paypal, dass wir hier irgendwo in diesem Bereich bouncen werden. Gegebenenfalls sogar bei der oberen Trendlinie, wo wir uns jetzt aktuell befinden. Und dann vielleicht nach dem Bounce wirklich wieder eine deutliche Aufwärtskorrektur bei Paypal sehen könnten. Zudem muss man auch einfach sagen, dass die meisten Analysten sehr gute Wachstumme voraussagen für Paypal. Die meisten Analysten sagen auch ziemlich deutlich höhere Kursprognosen raus für Paypal für die kommenden Jahre. Und man muss einfach sagen, Paypal wächst und wächst und wächst sehr gut. Der Markt, in dem Paypal tätig ist, ist ein ganz, ganz klarer Zukunftsmarkt. Was ja auch noch im Artikel mit drin stand, ist natürlich beispielsweise auch, dass Paypal jetzt angekündigt hat, mit Amazon zusammenzuarbeiten. Eine Tochterfirma von Paypal, nämlich Venmo, will es jetzt, sag ich mal, mit Amazon endlich mal in Anführungszeichen natürlich arrangieren, dass man auch mit Paypal bzw. dieser Paypal-Tochter dann bei Amazon in den USA bezahlen kann. Und das wäre natürlich nochmal ein deutlich, deutlich größerer Schritt für Paypal im Endeffekt in die Richtung dieses allgemeinen Zahlungsmittel. Und dementsprechend halte ich es auch nicht für unrealistisch, dass Paypal hier vielleicht diesen Bounce wirklich schaffen wird, weil im Endeffekt die Long-Term-Ziele für Paypal stehen ganz klar fest und die sehen extrem bullish aus. Dementsprechend halte ich es für wirklich wahrscheinlich, dass wir hier im Endeffekt diesen Bounce schaffen werden oder zu allergrößten Not angegeben, falls hier wirklich bei der unteren Trendlinie. Und wenn wir das nicht schaffen sollten und bei der unteren Trendlinie hier, sag ich mal, dann länger konsolidieren und keinen deutlichen Bounce sehen von der unteren Trendlinie, dann werden wir nochmal drüber sprechen, wenn sich dann vielleicht auch von den Fundamentals etwas geändert hat, ob Paypal vielleicht nochmal hier einen größeren Abverkauf auf die 137, 130 Dollar ungefähr sehen könnte. Aber, wie gesagt, ich halte es für deutlich wahrscheinlicher, dass wir irgendwo in diesem Raum hier auf Support stoßen werden. Wir sind jetzt aktuell hier natürlich schon einmal gebounced. Aber ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass wir hier das Reversal im Endeffekt bei Paypal dann schon sehen werden. Und dementsprechend halte ich aktuell die Augen sehr deutlich offen bei Paypal. Werde hier vielleicht auch nochmal nachkaufen bei Paypal. Ja, ich würde sagen, dann sprechen wir aber jetzt erstmal über, wo Novia. Ja, so, schauen wir uns doch vielleicht ganz kurz als allererstes mal den Chart an. Hier sehen wir ganz klar, wir haben bei Vonovia hier gerade aus Langfrist gesehen, sag ich mal, seit 2015. So eine Aufwärtstrendbewegung wird jetzt zwar ein bisschen enger, trotzdem kann man, glaube ich, so einen Aufwärtstrend durchaus sprechen. Dann kam hier, sag ich mal, nach Corona diese typische Corona-Korrektur von den Aktien, sag ich mal. Es geht weit nach unten, je nachdem, je nach Aktie, ging es dann aber auch sehr schnell wieder nach oben. Und seitdem formen wir jetzt hier wirklich ein ziemlich großes Broadening Wedge. Theoretisch, muss man ehrlich sagen, wenn wir jetzt mal auf die Marktthesis, sag ich mal, von Broadening Wedges zu sprechen kommen, hätten wir hier natürlich die Touchpoints A, B, Entschuldigung, A, B, C, D, E, F. Und damit hätten wir dann hier unseren Breakout-Versuch gehabt. Ich mache das ganz kurz mal weg, damit man es etwas besser sehen könnte. Das heißt, hier hätten wir unseren Touchpoint E. Dieser Touchpoint wäre zu überbieten gewesen, was wir hier ja teilweise auch kurz gemacht haben, um dann eben dieses Breakout zu sehen und unsere Tage zu füllen von diesem Broadening Wedge. Ganz klar hier natürlich Anzeichen, warum wir das nicht nach oben geschafft haben. Einmal, wir sind hier ganz klar rejected worden, genau an dieser Stelle hier, haben wir eine starke Rejection einbekommen, sind unter diesem Broadening Wedge gefallen nochmal. Theoretisch damit übrigens auch invalidiert. Danach haben wir es zwar nochmal drüber geschafft über diese Neckline hier, sind dann aber hier ganz klar natürlich von unserer mehrjährigen Resistance Line abgeprallt. Und dementsprechend befinden wir uns jetzt wieder innerhalb dieses großen Broadening Wedges bei Vonovia. Und trotzdem halte ich es noch für durchaus wahrscheinlich, dass wir zumindest, sag ich mal, die Breakout-Bewegung bei Vonovia sehen könnten, nach oben auch. Weil man ganz klar natürlich sagen muss, Vonovia befindet sich in einem ziemlich stabilen Abtrend. Und Vonovia hat jetzt angekündigt, dass es eine Kapitalerhöhung geben wird, damit sie eben den Deal mit Deutsche Wohnen finanzieren können, um eben diese Übernahme dann wirklich durchzubringen. Sie haben eine 8 Milliarden Euro Kapitalerhöhung angekündigt. Das wird natürlich ganz normal, ich glaube zu Anteilen von 20 zu 7 Aktien jeweils werden die ausgegeben. Und dann wird somit eben dieser Übernahme von Deutsche Wohnen finanziert, mit natürlich dann dem Ziel, der größte europäische Immobilienkonzern zu sein. Natürlich mit Hauptfokus hier ganz klar in Deutschland. So, wenn wir uns jetzt trotzdem nochmal Vonovia den Chart etwas genauer anschauen, halte ich es genau gerade dementsprechend, gerade dementsprechend, dass Vonovia dann natürlich auch einer der größten Immobilienkonzerne Europas ist, beziehungsweise der größte Immobilienkonzerne Europas ist. Muss man ganz klar sagen, dass ich es für deutlich wahrscheinlicher halte, dass wir diese Broadening Wedge nach oben ausbrechen werden. Ganz klares Price-Target hierfür wäre natürlich hier der obere Touchpoint mit dem Low von hier unten dann. Das Breakout-Target hier, je nachdem wo wir dann natürlich ausbrechen würden, wären dann theoretisch 70 Euro. Halte ich ehrlich gesagt für gar nicht zu unwahrscheinlich, gerade wenn wir, sag ich mal, hier so eine kleine Seitwärts-Aufwärtsbewegung sehen werden, könnte man natürlich irgendwie hier so vorstellen, dass in den nächsten anderthalb Jahren Vonovia dann hier sich trotzdem in Richtung 60, 70 Dollar wieder bewegen wird. Denn ganz klar, so eine stark aufgestellte Immobilienfirma einfach ist eigentlich unrealistisch, dass die, sag ich mal, auf Langfrist gesehen nicht weiter wachsen wird. Außer es gibt da natürlich irgendwelche größeren Zahlungsausfälle oder sonst was, wie wir das jetzt beispielsweise in China gesehen hatten. So, aber wie gesagt, das wäre es alles auch für Vonovia von meiner Seite im Endeffekt. Price-Target hier ganz klar an der Stelle 70 Euro. Downside ganz klar, wichtigstes Support-Level an der Stelle sind einmal die 52 Dollar, beziehungsweise natürlich, hier kannst du natürlich auch das vorherige Allzeithoch von 54 Dollar, das Vor-Corona-Allzeithoch nehmen. Da befinden wir uns ja auch gerade ungefähr in dem Rahmen. Und sonst, wenn wir jetzt hier, sag ich mal, unter diese rote Mehrjahres-Support-Linie brechen sollten und wenn wir jetzt natürlich hier oben rejected werden, dann halte ich natürlich nochmal dieses Level hier im Auge von 48 Euro. Denn da könnte es natürlich dann spätestens auch nochmal einen Bounce geben. Da wird es natürlich dann wieder die Frage, ob wir es, sag ich mal, schaffen, im Endeffekt hier diese Linie dann wieder von unten durchbrechen. Aber prinzipiell, wie gesagt, ich halte es eigentlich für wahrscheinlich, dass wir jetzt vielleicht, selbst wenn wir jetzt hier nochmal etwas konsolieren, solange wir über dieser roten Linie bleiben sollten, halte ich es eigentlich für sehr wahrscheinlich, dass Vonovia in den kommenden Jahren definitiv irgendwann auf, beziehungsweise auf jeden Fall in Richtung der 70 Dollar gehen könnte. Aber wie gesagt, wird jetzt sicherlich nicht in den nächsten paar Tagen passieren. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt mal runtergehen und den Channel hier abonnieren. Freut uns sehr, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich würde sagen, das war es heute von mir. Sonst gerne auch den Video ein Like da lassen und lasst uns auch gerne in den Kommentaren mal kurz drüber debattieren, was halt ihr davon. Denkt ihr, Vonovia wird auf die 70 Dollar gehen? Denkt ihr, Paypal hat jetzt die Korrektur endlich mal hinter sich? Oder denkt ihr nicht? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren. Das war es von mir. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.